Willkommen zurück Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir sind heute beim Quickie Mart. Tobias ist wieder unterstützend dabei. Tütchen Nummer 7. Und wir fangen an. Vielleicht sollte ich tatsächlich den Fehler machen. So, und juhu. So, ich steig. Nein, nein, nein. Oh je. Ja, oh je, da sagst du mal. Das ist ein Kling. Das sieht erstmal auch wenig aus. Ja, weil nach viel Kleingram. Krusty, Krusty O's. Ich freue mich. Und ich hole wieder rein, wie immer. Ja, nicht wieder vergessen. Nee, nee, nee. Falls ihr nicht wisst, worauf Tobias anspielt, mach das nicht. So. Ich bin mal so frei im Baubad. Achso, ich dachte, du bist schon fertig. Gut. Let's beginn. Ja, deine Spraydose fehlt noch. Spraydose? Ach, patsch. Das ist mit Spraydose. Das ist mit Flammenwerber. Dem ist alles zuzutrocknen. Stimmt. Seinen Elbato hat er ja hier drauf gemalt. Elbato. Elbato. Da gab es ja auch mal so eine Folge, wo Huma mit ihm im Bus war oder so und dann auch, oh, dieser Elbato ist ja ganz schlimm. Ah nein. Ja. Elbato. Elbato. Er checkt es nicht. Elbato. Elbato. Los Simpsons. Oder diese Pappschachteln oder was? Ja, irgendwelche Stapeln, ne? So, was haben wir hier für Döschen? Gedöns. Da kann man gar nicht lesen, was da draufsteht. Wie kommt denn das da rein? Ich soll den Tipp geben. Einfach da rein, ne? Ne, das muss andersrum. Ach so habt ihr euch das gedacht. Alles klar. So, was sind das für Dosen? Sag ich ja. Da kann man aber nicht lesen, was da draufsteht. So klein ist das, das kann ich nicht lesen. Ach, du liebe Güte. Aber süß. Soup for one ist das. Echt? Ja. Ich kann das nicht lesen. Da muss ich es immer rum als gehen. Ja, das sollte ich. Ja, meine Brille ist ja noch nicht so alt. Die Suppe zu einem, das ist bestimmt was für Mo. Obwohl, jetzt kannst du auch jetzt. Ja, ist klar. Jetzt, wo ich dir gesagt habe, was draufsteht. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, was hat ich noch einmal rumsehen? Dann kommen diese komischen Trichter. Ja, bin ich schon ein dabei. Und diese... Lila Deckel. Ja, das ist wahrscheinlich, ne? Ja. So, man nimmt das mit Weiß. Wie wärst du mal mit einem Lego-Hochlager? Lego-Kommissionier-Set, oder so? Ja, genau. Das war auch cool, so mit Lagerblätzen und so. Ach, nein. So ein Mimiscanner. Achso, musst du bekleben. Ja, zweimal. Ja, dann beklebt der mal. Drei Diapers. Äh, Diapers. Ach, das sind Pampers. Pampers, ja, ja. Das ist dann was für Maggie. Genau. Oder Margaret. Wie sie ja eigentlich heißt. Da kommen diese komischen Erdbeeren drauf. Was soll man das so heißen, ne? Ja, ich muss ja sagen, im Moment gucke ich wieder Fields Simpsons, also. Ja, sie guckt man ja auch gerne auch. Wenn ich Zeit habe, habe ich mir da gerne noch was zu holen. Ja, das ist cool gemacht, auch, ne? Erdbeeren. Strauchbeeren. Was sind das für Steine? Durchsichtige. Die sind die, oder? Ne, die sind doch, die sind die da. Doch, das passt. Die sind nur dunkler, ne? Und da kommt dann noch irgendwas drauf. Also diese Grauen. So was? So Säume hier? Ja, das hast du ja nicht. Ha, interessant. Hast du noch einen? Ups. Warte, bitte. Das kommt da draußen. Oh, wow. Ja, das ist die Pampers. Ja, das sind die Pampers. Ja, das sind die Pampers. Super one. Das ist Super one. Super. So, Flakons. Es ist bloß ein Vorsicht, da rollt der dann einer weg. Ich habe es gemerkt. Ja, ja. Wie, dass ich wieder... Wieder Ärger kriege, ne? Genau. Und wieder suchen muss. Wer es nicht gesehen hat, also... Zurückspulen und eine Zeitlupe nochmal gucken. Wo ich den Dosen-Deckel nochmal suchen muss. Ja. Das hat alles viel Geld gekostet. Wenn die Kamera nicht lief, wo kommt das? Ach, ich dachte, du machst das Regal. Ich bin schon da. Ach so. Ja, dann mach ich das. Er macht nur zwei Döschen. Ich glaube das nicht. Blablabla. Oh, wow. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. So, was haben wir hier noch? Das ist auch Super one. Ne, das ist aber ein anderes. Das sind hier so Herzchen. Das ist ja süß. Herzchen? Oh. Für den Valentinstag. Zum Beispiel, ja. Oder wenn Homer seinen Hochzeitstag wieder vergessen hat. Oder wenn Muttertag ist. Ja, wo ist der Väter? Ich glaube nur so. Ah, da. So, jetzt kommen wir einfach zu irgendwas. Du wirst nicht hier aufgepastet. Das könnte auch Parfum sein, ne? Das ist bestimmt Parfum. Ja, so diese Reihe Parfum. Schnuckert gleich. Opa. Parfum neben Pampers. Passt ja. Ja, damit die Frau, ne? Gut riecht das Kind nicht. Das kommt direkt vorne dran und dann schieft da hoch. Genau. Das habe ich schon verstanden. Danke. Dann halt nicht. So. Das kommt jetzt so. Genau. Schönes Ringer. Auf jeden Fall. Da sind so die Flakons, also Parfum und so. Und das ist so der Südkram. Ja, ja. Sehr schön. Ich klebe schon mal. Ja, ich klebe schon. Ja, sind ja mehrere. Sale. Sale, sale, sale. Wo ich das auch mal teufze, wenn du das jetzt vom Markt bist und da steht Verkaufen dran. Hä? Hätte ich nicht mitgerechnet, dass man das kaufen kann. Und 31. Geil. So. Soll ich eben locken, ne? Dass die da gucken, die konnten. Ja, ist schon klar. Jetzt im Sonderangebot. Ja. Jetzt im Sonderangebot zum Preis von gestern. Genau. Als ob hier was billiger wäre. Da könnte man lange warten. gerade bei Apu. Ah, da ist auch noch eins zum Kleben. Die Nomad rein. Ach ja, da kommt das Schöne dran. Hier steht auch, äh, von gestern das Futter und Preise von morgen. Ja, das ist, guck mal. So schlecht waren wir gar nicht. Schön. Das Futter hat vergessen. Hier ist der Futter zum... Ja, stimmt. Das gab es irgendwo in der Folge auch mal. Ja, ja. Wo soll ich dann diese alten Preise hatten? Naja. Ich erinnere mich. Wie kommt denn das da ran? Da kommen hier diese... Ach so. Ich wundere mich gerade. Diese hier. Genau. Da kommt das Schöne. Da sind auch merkwürdiger. Ja, merkwürdiger Stein. Ja, den kenne ich so auch nicht. Nee, andersrum, oder? Weißegal. Ja, der eine kommt so rum, der andere so rum. Da sind so Tütchen aus. Da kommt noch mehr dran. Da kommen sogar drei blaue. Da kommt so roter. Auch rote. Ja, die passen auch nebenan. Da, Kollege. Ja, jetzt aber. Und weiße. Zwei weiße noch. Die kommen hier unten dran. Gelbe auch. Ach so. Gelbe. Die kommen... Dritte Reihe. Dritte Reihe. Dritte Reihe. Ja, so weiße zweite Reihe, ne? Sieht fast so aus wie dritte. Das ist wie... Ja, weil zweiter. Mhm. Richtig. Und ein roter fährt nach. Und das Schild ist auf dem Kopf. Ja, ein Kunde muss den Kopf schon machen, um das lesen zu können. Und das jetzt die Kunden vom Küki machen. Ja, das kommt jetzt in den Markt rein. Oh, wow. Und zwar zur Tür hin, oder? Zur Tür hin, ja. Wie rum kommt das denn so rum? So, dass der Kunde das Schild dann längst sieht, ja. Und das gleiche machen wir jetzt noch mal. Für den Zweiten. Ja, für den Zweiten. Das ist ja Hammer. Oh, tatsächlich. Das war eigentlich nur so gesagt, aber gut. Ja, war ja anzunehmen, ne? Krustios. Krustios. Was ist das? Die Krustios, die müssen ja auch sehr lecker. Vor allem. Vor allem, es geht ja allen möglichen aus. Irgendwann ist Mr. Burns ja losgehe. Ich frage mich, woher die Burn-O's sind. Weiter geht's. Was heißt das denn? Na so. Das ist das. So. Okay, das kommt da hin. Nummer vier. Komische Bänke. Runde Futter. Jo, schlecht. Obrecht gab's auch noch nicht als Figur. Stimmt. Oder Senta's Al Helper. Das stelle ich mir auch schwer vor, den als Lego-Figur. Das ist ein Hund. Wo man so nah ansteht. Also jetzt nicht als Einzelne. Das ist aber so klein und so kaum normal. Ich glaube nicht, dass das kompliziert ist. Gibt ja auch, gibt nicht sogar Tiere? Ja, sicher. Ja, sicher. Gibt es. Da bin ich nicht so anstehend. Oh, jetzt wird gebastelt. Was haben wir denn da? Grau, wie grau, grün? Ja, da brauche ich schon. Den zweiten oder den ersten? Den ersten. Grau, grün, lila und dann so ein Dicke. Was immer das ist. Das ist, wie wenn das Fantasie. Fantasie, genau. Lila, lila, lila. Da ist Lila. Und die Dicke. Und die Dicke. Wo hast du den ersten? Ja, prima. Stapel Magaziner, hast du auch schon. So, ja, das ist 100-Fotter, wie gesagt. Ach, Dok-Fu, jo. Ich dachte, das ist ja ein Magaziner. Magaziner sind ja woanders. Wo? Die passen da nicht hin. So. Das ist nochmal eine Suppe für einen. So, boah. Die Suppe von Mo hätten sie auch drauf sein können. Achso, dann machst du ja die Dicke drauf. Ja, ne? Und zack, zack. Soll ich da keinen Dicke drauf machen? Ja, doch. Ja, also. Das sind sogar Äpfel und Bananen. Das kommt jetzt. So wird da auch ja ein schönes, volles. Egal. Das muss sich ja lohnen, da hinzugehen. Ja. Ja. Boah. Das stimmt. Rot, rot und blau. Das ist ein blauer. Ich habe diese durchsichtigen Sachen immer als Lampen angesehen früher. Hm. Ich aber auch. Und heute ist jetzt alles möglich. Nur keinen Lampen. Nein, wir sind ja bei den Autos auch drauf. Ach nein, das sind zwei. Scheiße. Ach, verflucht. So. What do you do? I do you basteln. Ja. Jetzt wird ein Schuh haben. Ach so, es sind zwei und dann kommt... Ja. Genau. Es ist ein bisschen tricky. Tricky, tricky, tricky. War das nicht Holy? Ja. Run the MC. Ja, stimmt. Meine ich doch. Ja. Schon ein bisschen länger her. Da kommt so ein flacher drauf. Wow. Spülmittel. Darum war ich noch einfach. Ja, Konserven, Spülmittel, irgendwas. Ich denke, das sind Spülmittel. Ich habe die Simpsons doch die Spülen schon. Ja, doch die Spülen. Mach auf jeden Fall. Ja, von der... Die wissen gar nicht, was eine Spüle ist, glaube ich. Ja. Ein bisschen mehr Geliebe hier, so. Geliebe, 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 geliebe. So. Ah ja. Nächste Serie. Nächste Serie, genau. Ja, andere sind nur Leer, so. Natürlich. Probieren Sie heute mal unser leckerknüspeliges Bups. Und dann kommen die Bananenäpfel da unten rein. Ja, das ist hier sogar schon. Boah. Viel Obst und Gemüse. Das geht. Ja. Und jetzt kommt das da drauf. Warte mal, wie rum kommt das? Also die Zeit der Kakao zum Gang hin. Genau. Das wollen wahrscheinlich die Typen nehmen. Nee, ja doch. Aber wir können das ja mal aufmachen und zeigen, oder? Äh, ja, können wir versuchen. Na, 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 na. Ta, 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 ta. Da stehen sie. Und können mega nass. Sieht cool aus. Wow. Schon kommen wir zur letzten. Das gibt's doch gar nicht. Die letzten fünf haben so lange gedauert und der geht jetzt so schnell. Was ist denn da los? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bis die Tür Nummer 8. Sehen wir uns beim Fast-Finale, bei der vorletzten Folge. Bis dann. Bis dann.